so das mal wieder wir versuchen heute noch mal weiter mit dem sprung sorry dass das letztes mal so wenig war es dauert halt aber nicht mal ein bisschen so wir gehen raus aus der garage und gucken wir mal was wir haben wir müssen wie gesagt immer noch diesen diese einen sprung finden die frage ist wo haben wir einen wo haben wir einen umzustatten das war heute mal ein bisschen aus das war ein bisschen alleine sind auf dem server stimmt hier oben war noch ein sprung so 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 30 Meter leckt mich doch. 10 Meter leckt mich doch. Es ist jetzt los in uns. Das war's für heute. Ich will diesen Schatz schon voll befinden. Da hat es keiner mehr sein. Ich schlange den nächsten Fluganlauf. An alle Eintragsverfolgverdächtigen Code 1054. Alle Offices in der Nähe bitte melden. Das war's für heute. Ich will da nur ein bisschen Sprung bringen. Ich weiß, dass in der Innenstadt einer ist. Ich weiß noch nicht wo genau. Bei diesem komischen... Diese komische Villa oder was auch da ist. Da muss ich mich am Anfang mal durchführen. Das war's für heute. Jetzt fühlen wir noch 19 Radar fahren, dann hätten wir das auch schon. Aber ich kann nicht... Das ist ein Scheißsprung. Jetzt zeigt sie euch die Suche jetzt die ganze Zeit. Das muss ja irgendwo recht zurückgehen. Wenn die mal an der Karte angezeigt würden... Das ist der, den wir schon hatten, ne? Oh, mal im Parkhaus. Ja, hier der. Das ist der Jogen. 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 Ich frage sie kommen da hoch. Ne, da komme ich hoch, ok. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Die müssen doch irgendwo sein, die auf dem... Ist sie hier? Ja. 75 Meter, das wird nicht verarschen. Weniger, Leckerstoff. Kann doch nicht sein, dass wir diese Sprung brauchen. Das war ja, ja. Das war ja, ja. Das war ja, ja. 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 Wenn ich diesen Sprung kann, kann ich nie weitermachen. Ich hab keinen Bock auf Cops hier durchgesetze. Ja. Ja, super. Ja. Ich fühle diesen Scheißsprung nicht nur nicht höre. Mit dem Thema 119 Meter sind einfach. Ja. Das war mir klar. Ja, ey. Ja. 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 Oh, verschwinde doch mit deiner Mühle, mein Gott, ey. Hier ist aber kein Kackspunk in der Nähe. Hab's doch, man bleibt einfach stehen mitten in der Straße. So viel zum Thema, wir schaffen ohne Probleme und zwei Speedlisten in der Folge. Ich schaffe ja nicht mal die eine. Oh, ich mein Gott, muss man da um die Ecke kommen, wie sonst was, ey. Vollidiot. Ich kann die Höhren springen, aber ich muss hier hochkommen, oder nicht? 86 Meter, leck mich doch am Arsch, Alter, das war noch mehr als 86 Meter. 84 Meter, leck mich doch am Arsch, Alter, das muss ich dann im zweiten noch nachziehen muss. Bis ich da auf Gathe bleibe. Ja. 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 X2 Ja. Ja. als 92 Meter. Das kann man gar nicht gedacht. Nein, kein Events. GPS, nächste Werkstatt. 1,4 Kilometer. So, dann nehme ich den jetzt als Anruf hier. Nein, das war mir fast klar. Ich habe noch nicht mal was getan, Alter. Ich fahre hier durch die Gegend. Geh mir nicht auf Nüsse. Verfolgung läuft. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Control, ich brauche Luft-Einheiten. 10,4 Luft-Unterstützung im Anflug. Danke, du Pisser, dass du mir dein scheiß Dings versaust. Geh mir nicht auf Nüsse. Ja, verfolgt mich, diese Säcke, Alter. Verfolgt mich doch. Ich will die nur einen scheiß Sprung suchen. Die geht mir schon wieder auf den Sack mit allen Leuten, ey. Nein, will ich nicht. In Zweifel haut man da nachher nochmal ein Weg, ey. Ja, müsste der Straßensperre haben. Ein bisschen Straßensperre. Ey, nichts geschafft in dieser Folge. Nichts. Um wieder irgendwelche Leute nochmal auf den Sack gehen zu müssen. Wir werden abgehängt. Wir brauchen Hilfe um die Verfolgung zu melden. Achtung, Verdächtiger außer Sicht. Code 3 fortsetzen. Stand by... Ah, dann ist das heute so. Dann ist das heute so. Ist von nichts geschissen bekommen. Naja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. ... ... ...